Wie funktionieren eigentlich Thermostate? Thermostatventile regulieren den Heizwasserdurchfluss in den Heizkörpern, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Die Regler an den Heizkörpern zeigen aber nicht die Temperatur an, sondern Heizstufen von 0 bis 5. Stufe 2 entspricht in etwa einer Raumtemperatur von 16 Grad Celsius. Stufe 3 ist mit ungefähr 20 Grad Celsius die ideale Einstellung für Wohnräume. Tipp! Bei mehreren Heizkörpern in einem Raum alle Thermostate auf die gleiche Stufe stellen. Das spart Energie.